Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 14. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1081 und heute am Apple Keynote Tag haben wir die folgenden Themen. Ikea, Apple Maps, Android 12, ColorOS 12, Houseparty, iOS 14.8, Mate Station X und GT 4321. Ich starte zuallererst mal mit einem Ikea-Topic. Da ist nämlich jetzt in einem Store und zwar dem Online-Store von, war das nochmals Polen, Rumänien, Ungarn, irgendwas im Osten. Nämlich was aufgetaucht, der Nachfolger der Ikea Symphonisk Lampenlautsprechers. Ja, schaut relativ ähnlich aus wie das erste Modell, hat aber etwas anderes und zwar einen oberen Teil, der sich ändern lässt. Wenn einem das Ganze nicht gefällt, lässt sich da ein anderer Schirm aufmachen. Wie viele unterschiedliche das sind und wie teuer und so weiter, das Ganze könnt ihr im Blogpost nachschauen. Und der verlinkt ist auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens, sofern Castro ihn auch ausliefert. Pfui, pfui. Apple Maps. Da kann man, wenn man in den Staaten wohnt zumindest, neu jetzt sogenannte Point of Interests, POI, P-O-I, bewerten. Und zwar mit Daumen hoch, Daumen runter und das gilt für global, also ganzen POI oder eben auch einzelne Kategorien, wie zum Beispiel Produkte, Kundendienst, Essen, Atmosphäre und ähnliche Geschichten. So lässt sich das Ganze bewerten, noch kann man keinen Text hinterlassen. Apple ist da noch am Ausprobieren, aber ich bin mir sicher, dass wenn das kommt, von der Apple-Nutzerschaft fleissig angenommen wird und dann auch richtig stark bewertet wird in der Umgebung. Da hoffe ich natürlich, dass das bald auch zu uns in die Schweiz, nach Deutschland und Österreich kommt. Nun ist mir durch ein internes Dokument ein Datum geleakt worden, was den 4. Oktober zeigt. Was kommt da? Da soll Android 12 ausgerollt werden. Schon länger war in den Medien, dass rund um den iPhone-Termin herum auch das neue Pixel-Smartphone vorgestellt wird und somit logischerweise auch Android 12. Das könnte jetzt noch passieren, sofern ein neues Pixel schon vorab vorgestellt wird oder es kommt dann halt einfach auf die Geräte, die aktuell auf dem Markt sind. Vornehmlich zuerst sind das Pixel-Geräte und dann kommt der eine oder andere Hersteller hinten nach. Man weiss schon, dass Samsung zum Beispiel ganz fleissig und vorne mit dabei sein wird. Oppo, da komme ich gleich noch darauf und auch andere Hersteller könnten relativ nah dann Updates liefern. Zumindest meistens vielleicht nur für die High-End-Geräte, aber dann nach und nach vielleicht auch für die anderen. Einer der Hersteller, der das Ganze ausflutet, ausliefert, ist Oppo. Wir hatten es schon mal vor kurzem, ColorOS 12 hätte vor kurzem vorgestellt werden sollen, dann waren es nur die Hintergrundbilder, die durchgesickert sind. Jetzt ist ein neuer Termin bekannt und auch bestätigt offiziell von Oppo. Zumindest für China wird am 16. September das Ganze gezeigt, wie das ausschauen wird, was es da für Möglichkeiten geben wird. Es wird auch gemunkelt, dass neben der neuen Version von ColorOS, welche, man könnte es erahnen, auf Android 12 basiert, auch neue Hardware gezeigt wird. Bevor ich aber zu dir komme, ein kleiner Hinweis. Auch wenn das Ganze in China dann relativ zeitnah startet, kann es Wochen bis Monate dauern, bis dann auch wir hier in Europa und anderen Ländern davon profitieren können und auch ColorOS 12 bekommen. Im letzten Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, wurde ColorOS 11, nur so als Beispiel, vorgestellt. Mein Renault 2 hat im August diesen Jahres, also vor einem Monat, dann erst das Update bekommen. Also freut euch nicht zu früh. Auch nicht auf die neue Hardware. Vorgestellt wird nämlich das Renault 7. Ja, ihr habt richtig gehört. Das 6 wurde erst bei uns in den Verkauf geschickt. Das 7 wird vorgestellt. Ist ein China-Modell. Kann sein, dass es gar nicht bis zu uns nach Europa kommt, wie das 5er zum Beispiel. Mal schauen. Und auch könnte ein neues Tablet und eine neue Smartwatch gezeigt werden. Ja, Hoppo hat erst gerade die Smartwatch, also die Watch 2 vorgestellt. Die kommt aber so, wie es ausschaut, gar nicht bis zu uns nach Europa. Es könnte sein, dass die neue Smartwatch hierhin kommen wird, soll. Wie auch immer. Wir werden es sehen. Wir werden bald schlauer sein. House Party. Es ist Zeit für eine Party. Daher wird der App der Stecker gezogen. Mittlerweile ist sie schon nicht mehr in den Stores erhältlich. Wer die App also nicht hat, schon auf dem Smartphone, der kann gar nicht mehr da rein. Ab Oktober zieht Epic Games den Stromstecker und dann ist fertig mit der Geschichte. Ja, ich werde es nicht vermissen. Einige Junge vielleicht unter euch schon. Es war mal eine Hype-App. Zumindest während der Corona-Zeit. Wie es aktuell ausschaut, wohl eher weniger. Dann gibt es Neuigkeiten für all diejenigen, die ein Apple-Device haben. Und ja, ich weiss, heute Abend neue Geräte und so weiter. Aber seit gestern Abend ist ein neues iOS-Update da. iOS 14.8 und iPadOS 14.8 sind da. Also iPhone und iPad backuppen und updaten. Das gleiche gilt übrigens auch für die Uhr. Und ich glaube sogar tvOS hat ein neues Update bekommen. Einspielen, einspielen, einspielen. Morgen gibt es neue Geräte. Bis dann sollte alles schick sein. Schick ist auch die Mate Station X aus dem Hause Huawei. Das ist Huaweis Antwort auf den iMac, könnte man fast sagen. Wer mich und mein Blog ein wenig verfolgt, der hat vielleicht schon gesehen, ich habe einen neuen Podcast-Monitor. Der Mate View von Huawei. Und das Teil ist extrem geil. Ich liebe es. Das ist wirklich schick. Und der soll jetzt auch als All-in-One-Computer kommen. Was heisst, soll? Vorgestellt wurde er. Ausgeliefert wird er auch schon bald. Man weiss aber nicht, ob er auch bis hierhin nach Europa, in die Schweiz, Deutschland und Österreich kommen wird. Als Betriebssystem wird Windows 10 verwendet. Da hätte ich es spannend gefunden, wenn man vielleicht auch auf HarmonyOS geschätzt hätte. Aber kann ja noch werden, irgendwie. Auf jeden Fall ist eine einfache und eine gute Integration in die HarmonyOS-Geräte geplant und umgesetzt. Das ist auch beim Monitor schon so. Ich kann auf den Sockel mein Smartphone von Huawei legen und schon sind die beiden miteinander verknüpft. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Hinweis zum Geek Talk, unserem Mutter-Podcast. Da habe ich am Wochenende ein neues Interview veröffentlicht. Und zwar mit dem Jan Neuenschwander, einem Eishockey-Spieler von SC Bern. Und nee, es geht nicht um diesen kleinen, jetzt hätte ich fast gesagt, Fussball-Club, Hockey-Club. Nee, es geht um Med-Tech und genauer gesagt um Diabetes, Insulin etc. Hört mal rein. Ist ein spannendes Interview, ich finde. Kann man vieles lernen, wenn man dann möchte. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und am Abend eine schöne Keynote. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.